ach ja ich liebe diese aussicht hier einfach wunderschön hey verspricht hier ja genau du ich du hast du ja 30 tasse her von jahrsdreißig punkt shop ok der spaß wie lustig weiß ich weiß jahrsdreißig punkt shop hier für die saftige tasse ich hoffe jetzt sehen hier so für die saftige tasse hier und für den saftigen franzl rucksack joh mai hier ich habe relativ viele sachen hier nämlich ich habe ich zum einen hier die obses umgekehrt die franzl tablettasche also wer ein tablett hat unbedingt jahrsdreißig punkt shop besuchen ja dann habe ich noch was habe ich noch genau falsche tasche hier nämlich da vorne habe ich auch eine handytasche und ein vieler hier und ein turmbeutel also wer sind nicht weiß jahrsdreißig punkt shop für ein turmbeutel wer hier gerne turnen tut und wer gerne turnen geht hier sieht man es perfekt joh mai so dann habe ich noch hier ein dings hier ein franzl fehläubchen was natürlich was natürlich mit so einem zipverschluss oder so nennt man das kann man es hier zu machen und wieder aufmachen und hier kann man auch seine stifte reingeben joh mai und da würde ich jetzt auch sagen das war es hier für die kleine dings ja wie ich sagen geht es gleich los mit dem video so hello und willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute spiel mir nämlich eine richtig coole adventure map nehme ich jetzt die adventure map mini dungeon oder sowas es wird richtig cool es ist ich habe nur die screenshots gesehen von dieser map hier und genau play in hard or normal difficult natürlich und dann schon diese map was created to show one block map bei dir also das ist praktisch alles ein block also man kann nur sich in einem block ich weiß nicht wie es ganz genau funktioniert hier find rooms von von feiers ddr checkpoints ok das heißt muss checkpoints finden und es gibt doch euer monster turn hostel mob this will support this map supports multiplayer ok es gibt multiplayer aber ich bin leider nur hier alleine hier da was steht hier aber ich gleich muss ein bisschen hellermachen zum lightning level so jump down good luck das heißt ich muss hier runter springen und gut glück da steht der map idea ok es heißt ich muss hier so leute oh mein gott wie cool ist das wie cool oh mein gott ich bin hier einfach dieses chest oh mein gott ist das cool old rosses knife ok altes gerostetes messer habe ich hier ein eisenspitzsacke er kann stone bricks also so cracked stone bricks eröffnet verrautetes menschenfleisch ok knochen und diary was ist das hier der tag 8 ich bin gefangen hier für immer ich weiß nicht was ich hier noch machen soll tag 11 ich bin mein food ist aus einem food mein es ist ausgegangen ich musste die ratten essen aber mein einziges mein einziger ausweg für den einzigen ausweg brauche ich eine spitzsacke blablabla ich habe nichts gefunden kein glück stark ich er glaubte er stirbt ich ich glaube ich bin wüten oder so hatte geschrieben ok ich glaube dass irgendwie so ein tagesbuch tagesbuch tages bucht buchtage dann kann ich ja ich kann nur hier crack stone brick ok ich kann nur hier das abbauen ok ich kann nur crack stone brick mit dem abbauen es ist nur so ein stone brick hier und ok aber wie cool ist das denn bitte leute ich habe was ok messier raus nicht dass gleich irgendwo monster kommt ich hoffe ich habe nichts verpasst hier am anfang hier sind monster ok ok nicht dass ich gleich sterbe oh nein ist die pvp profi nice esser ok achievements hier ist der nächsten hier ist auch ein stone brick wir müssen die ganze stone bricks müssen wir die ganze zeit hier gut achten ein helm und eine holzaxt ok ist eine holzaxt und so ok es heißt ich gehe weiter gibt es auch irgendwelche stone bricks hängt nicht oder ne so kaputten stone bricks all right ich nehme die holzaxt in der hand ich glaube das kann ich essen sogar zum baby zombies oder wo sind sie okay die gehen auch ganz langsam hier gibt es fast genug becker wie sehr diese leute und ein ganz gleich gut hier weg perfekt perfekt weg da jetzt gebe ich hin so nice ok menschenfleisch 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 ok aber mein schwert ist bald kaputt gell hier gibt es richtig viel stone bricks rostige hier ist ein chest ok jaga ich glaube das ist kubiskuchen hier all right nice wenigstens habe ich was zu essen ok so was hier noch crack stone brick hier sind zwei crack stone bricks was das hier ok wir haben aber wir haben geupgradet wir haben jetzt schon ein steinschwert nice nice ein steinschwert noch eine lederkappe und noch mehr dings müsst ihr immer hier schauen dass wir dass wir hier am leben bleiben wir müssen echt nicht sterben ist hier noch irgendwo crack stone brick ich denke nichts das wir gehen weiter ich sehe gleich irgendwo wieder silber fischer was nicht gut ist ok links oder rechts links ich kann das leider nicht aufbauen oder nur nur crack stone bricks kann ich kann ich abbauen ok da kann ich leider nicht das aufbauen ok ich komme ich auch nicht weiter hm ich überlege gerade crack stone brick ist irgendwo ein kaputter stone brick stone brick stone brick äh hier ist ein stone brick hier ist einer hier ist einer hier ist ein ding ok hier kommen wir vorbei ok nice nice so all right nice ich glaube es ist ein bisschen dunkel ich glaube ich muss die nachbearbeitung irgendwie hoch stellen hier ist ein chest ein knopfen äh chiseled stone brick was ist chiseled stone brick ich denke das ist ähm so ein komischer stone brick das heißt ich habe einen knopf und geschlüsseln kann ich nur auf äh äh chiseled stone brick nehmen ich glaube das sollte wahrscheinlich da vorne sein oder wenn ich mich täusche chiseled stone brick genau hier oder nice ok 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 die map ist einfach mega cool hab ich mir gar nicht gedacht ok hier chest oh nein hier ist lagerfeuer ok was auch immer ein knopf es bringt der knopf also warte mal kann ich das hier schmelzen nee kann ich das hier schmelzen ich muss keine schmelzen ok die schmelzen runter ich finde es richtig cool für einen neuen dings ok vorne oh hä was sind wir unsichtbar ja tatsächlich sind unsichtbar oder hä wo denn ich nehme damage wo denn hä ich verstehe nicht leute lol slither fish ok ok hier ist ein checkpoint ok alles klar kannst du mit der holzsacksafe hier ist er ok der sind einfach nicht anzeigt worden gerade Ich glaube, die Holzex macht sogar mehr Damage, oder? Oder ich denke schon, warte, ich schau gleich nach, Leute. So, nice. Siehme Attack Damage. Doch, die Holzex macht mehr Damage. Ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen nachher. Alright, sind die noch irgendwie welche? Es ist ein bisschen dunkel, Leute. Ich muss unbedingt nach Bearbeitung hier schneller machen. Äh, schneller. Heller machen. Okay. Hallo, hallo, hallo. Okay, Cracked Stonebricks. Wirst du Cracked Stonebricks finden? Äh, 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 hallo, hallo, hallo. Stonebricks, Stonebricks. Ist es nirgendwo so Stonebricks? Hier geht es weiter? Isaac? Leute, Isaac? Isaac, Isaac, Isaac. Hallo, hallo, hallo. Ähm, alles klar. Okay. Ich gehe mal weiter nach vorne. Aber die Map, Leute, ihr könnt nicht sagen, dass die Map nicht cool ist. Ich habe noch nie so eine Map gesehen. Ich habe die Map schon öfters gesehen. Aber ich habe noch nie gespielt. Vielleicht dachte ich, das wäre so eine Low-Map oder so. Was ist das hier? Das ist cool mit den Slaps. Mit so Doppel-Slaps. Hier geht es weiter. Was ist hier? Oder vorne geht es auch noch weiter, gell? Zwischen den Räumen. Ich gehe mal da hier hin. Was ist hier? Ein Barrel. Slowness. Bier. Okay, Slowness brauchen wir natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist ein kleiner Dings hier. Ein Bier habe ich gefunden. Nice, nice. Ich weiß nicht, ob ich hier weitergehen soll. Aber ich glaube, das Spiel soll so ähnlich sein. Ich glaube, das soll so ein One More Dungeon, wenn ihr das kennt, darstellen. Ich gehe hier wieder zu anderen Dings rüber. Denke ich zumindest. Warte mal, war hier noch irgendwas? Nee, oder? Nee, wir müssen eh da lang. Okay, okay, okay. Ich werde vielleicht auch noch zwei Folgen oder so aus der Map machen. Ich finde mich richtig cool. Alright. Ist hier noch irgendwas? Da war noch ein Tript, oder? Doch, Tatsache. Es sind überall so Bier Dings. Bier? Okay, das Bier hat schon Resistance. Das ist aber Resistent, meine ich natürlich. Das Bier hat Resistenz. Aber wir haben Slowness 4. Das sind wir ganz langsam. Resistenz 4, okay. 3, 4. Das ist die zwei. Das ist ein guter Zerbier. Was ist das hier? Okay, geht es weiter, glaube ich. Äh, was ist das? Ist das ein Bossfight? Hallo? Hier ist ein Chest. Ein Shield. Ein Shield ist notwendig. Nice, das heißt. Alright. Ähm. Okay, okay, okay. Das ist ja in der Mitte. In der Mitte ist nicht gut. Was ist hier an der Tür? Komm hier rein, irgendwie? Nee. Komm, warum da eigentlich Feuer ist? Wir sehen, es ist auch ein Holzbereich. Lalalalalala. Was hier? Hallo, hallo. Dann bin ich schon mehr. Könnte ich gleich die, das Schild in die zweite Dings nehmen. So. So, das Schild hier zum Blockieren. Ich sing was. Nee, ist jetzt 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 jetzt. Brot, 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 ist immer gut. Können wir das wegmachen? Äh, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wenn ich irgendwas übersehen habe, könnt ihr mir das schreiben in die Kommentare. Das Blut oder so eine Art. So. Äh. Efficiency 2. Aber ich weiß nicht, was ich mit dir abbauen soll. So. Hier ist noch meine Äxte. Warum auch immer. Ich nehme die mal mit. Vielleicht kann man nachher irgendwie. Vielleicht gibt es nachher einen Shop oder sowas. Ähm. Komm hier irgendwo rein. Hier kann man rein, gell. Ich brauche es mal ab. Ähm. Okay, ich muss mal in einen Raum hier reinkommen. Das Video so wäre echt cool. Hier kommen wir rein, gell. Jo, Tatsache. In der Mitte sind ganz böse. Das macht sehr viel Damage, glaube ich. So, bam. Bam, bam. Wie wir halten die bitte aus? Oh, oh. Ich habe, glaube ich, mit einem Checkpoint da gar nichts. Schnell, stirb, stirb, stirb. Nein, ich bin gestorben. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Nein. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich bin jetzt wieder hier. Ich bin den langen Weg. Einfach schnell hierher gerannt wieder. Hoffentlich kann ich die jetzt killen. Alright. Aber ich glaube, wirklich, das Spiel ist so wie One Bar Dungeon, denke ich. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann ja mal irgendwie ein paar Bilder oder so ein paar Videos einblenden. Alright. So. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. So, bam, bam, bam. Du musst doch gleich tot sein, oder? Jetzt bist du tot, nice. Ist irgendwas? Ich denke nicht, ich kann... Also, da waren wir jetzt erst, gell. Waren wir jetzt erst? Ich weiß nicht. Mach es mal wieder zu. Gehe ich mal hier weiter. Weil hier sind doch mal Barrels oder so, habe ich gesehen. Da vorne geht es auch noch weiter. Hier sind Barrels oder so. Kartoffeln. Was ist das? Notes vom Kapitän. Hier sind noch Äpfel. Äh, vom Kapitän. Äh, die, die Kreaturen haben uns alle, äh, alle, blablabla, ähm, resiste, alle ist, äh, success, blablabla. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Things oder so, hat das gesagt. To the Library, Need Key. Okay, wir, da, da sind, ist hier irgendwo ein Schlüssel? Weil, ähm, okay, der, der Steffen, äh, oh nein, hier sind richtig viele Seiten. Letzte Seite ist sicher irgendwas, oder? Fünfzig. Doch, Captain Sparkle ist was hier, okay, alles klar. Alright. Ähm, ja, wie gesagt, hier. Ähm, alright. Genau, äh, wir brauchen jetzt den Schlüssel. Weiß nicht genau, wo der Schlüssel ist. Hab ich den Schlüssel? 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 Nö. Hm, 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 hm. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Äh, haben wir irgendwo, müsst ihr irgendwo, irgendwo müssen wir das vergessen haben, oder? Irgendwo soll so ein Ding sein. Ich seh den Schlüssel noch drinnen. Äh, Stone Brick. Weil ich hab jetzt nicht geschaut eigentlich. Wo geht's hier noch hin? Irgendwo sollt ihr ein Ding sein. Ja, draußen war nur noch die Erde, oder? Hier geht's noch weiter, aber ich weiß nicht. Hier draußen war auch irgendwo irgendwo hinten ein Stone Brick, oder? Hier waren wir grad drinnen. Hier sind wir ein Stone Brick. Nee. Kann das irgendwas abbauen? Nee. Wollen wir eigentlich einen Schlüssel? Wo krieg ich den Schlüssel? Schlüssel, 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 Leute. Was nachdenken? Was nachdenken? Wo kriegen wir Schlüssel her? Waren wir hier schon? Ja, waren wir. Kann ich irgendwas abbauen mit denen? Hat irgendeine Brake irgendwas? Nee. Keine Brake, äh, Dings kann ich abbauen. Aber hier, irgendwann war safe irgendwo einer, oder? Wollen wir Schlüssel brauchen? Äh, ja, keine Ahnung. Ja, oder? Ich glaub ich muss einfach wieder zurückgehen. Und dort irgendwo so ein Schlüssel... Oder ist safe drinnen einer, glaub ich, oder? Irgendwo müsste nämlich ein Schlüssel sein. Oder wo glaubt ihr? Ihr könnt mir in den Kommentaren jetzt schreiben, wo ihr denkt, wo ein Schlüssel ist. Nie der Key, nie der Key, nie der Key. Überleg, überleg, überleg. Ich hol nicht, überleg, überleg. Wo kann hier ein Schlüssel sein? Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Okay, äh, ist das? Ähm, vielleicht da vorne irgendwo, oder hier drinnen? Ist irgendwo ein Stonebrick? Ein aufgebrochener. Hier ist doch was, oder? Die zwei Schiffs. Ah, ich hab beide schon gelootet, oder? Ist irgendwas unsichtbares? Ich denk nicht, aber ich hab beide schon gelootet, oder? Oder war nur das, in einer was drinnen? Sieg mal ein Stonebrick, ein kaputter. Irgendwo muss hier ein Schlüssel sein. Kann ich hier weiter? Sieg was? Äh, das hab ich auch noch nicht. Ähm, it's definitely, äh, blah, 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 blah. And this is from Schalkerbox. Vielleicht kann irgendwo Schalkerbox was sein. Irgendwo ist, ist hier irgendwo eine Schalkerbox? So, äh, Library, we need a Key. Key, 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 key. Hier ist einer, hier ist ein Dings. Hier sind, äh, cracked Dings. Vielleicht sind ja auch da safe drinnen, oder? Hier ist ein Checkpoint. Okay, hier ist ein Dings. Kann ich jetzt abbauen? Nee, kann ich nicht. Ähm, okay. Immerhin haben wir schon eins gefunden. Ein Checkpoint. Nun, wie kommen wir da durch? Ähm. Ich glaub, ich such einfach schnell hier den Key. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich hab jetzt nämlich die Schlüssel gefunden. Es war nämlich so eine Worms Axe. Es war innen, in der, in dem Erdbereich, wo wir zuerst waren. Einfach in einer braunen, äh, in einer braunen Schalkerbox. Okay, jetzt sollten wir es eigentlich abbauen können. Tatsache, okay. Nice, 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 nice. Alright. Ähm. Hallo, hallo, hallo. Oh, ist ein Zombies. Oh, die kommen hier nicht durch, Leute. Oh mein Gott, wie cool. Können wir eigentlich so aufschlagen? Mit der Axt, mit der Worms Axe. Macht eigentlich, glaub ich, einen neuen Attack-Dimage. Nice. Nice. Alright, so. Haben wir die gleichen. Nice, that's nice. So, bam. Bam. Und ba. Oh, ich bin gestorben. Alles klar. Okay, ich will doch jetzt auch irgendwie sagen gleich. Äh, das war's hier mit dem Video. Äh, lass dein Like und ein Abo da für mehr. Und aktiviert den Glocke. Ähm, dann schauen wir vielleicht nächste Folge weiter. Was hier uns in dieser Map noch, ähm, irgendwie kam. Was uns in dieser Map noch, ähm, überfällt hier. Und was, was noch, äh, in der Bibliothek da vorne ist. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da hier. Und, äh, aktiviert die Glocke unbedingt. Schreibt einen Kommentar, wie ihr die Map gefunden habt. Und, ich will sagen, lasst einen Like da und ciao. Oh, pfiuu. Outro Outro Outro